Hallo? Ein Brief von Tina ist gekommen. Hallo, Papa und Mama. Hallo, Ebenbild von Edebe. Wie geht es euch, Fontina? Seit ich am 26. November 2020 von Istanbul aufgebrochen bin, habe ich mich bisher auf drei Inseln umgeschaut. Seit dieser Reise denke ich oft darüber nach, wie klein ich bin und wie groß die Welt ist. Momentan bin ich auf Island. Ihr werdet mir nicht glauben, wie hübsch es auf dieser Insel ist. Darf ich vorstellen, dass auf dem Foto ist... Wir haben uns angefreundet. Ich muss bald wieder aufbrechen, aber ich werde an euch denken. Tina. Was ist russisch? Schön mal wieder etwas von Tina zu hören. Weiterhin gute Reise. Was ist russisch? Bye! music Sachen qualified Vielen Dank.